Hallo, liebe Kinder. Ich sollte jetzt eigentlich mit dem Hund rausgehen, aber Konami hat sich dazu entschlossen, mir ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk zu machen. Nämlich werde ich am Donnerstag 18 und dazu haben sie sich entschlossen, mir eine Bandlist zu schenken. Das finde ich natürlich sehr nett, weil wir uns gerade im Tier-Zero-Format befinden und das ist scheiße. Wie ihr vielleicht hören könnt, ich habe keinen Schwanz im Mund, sondern ich bin davon erkältet. Und wir schauen uns jetzt die Bandlist einmal an. Äh. Das ist nicht die neue Band. Das ist nicht die neue Bandlist, hallo? Ach, Digga. Haben wir sie hier? Hä? Ich habe die eben auf Insta gesehen, okay? Ich habe die eben auf... Nicht echt. Ähm, ich hoffe einfach mal, es ist gerade nichts. Wir sehen. Yu-Gi-Oh News TCG. Habt ihr mich geprankt? Habt ihr mich einfach geprankt? Okay. Yu-Gi-Oh News Card.com Ich will sie nämlich ehrlich gesagt nicht so anschauen. Ja, okay. Fuck it, ne? Die ist echt. Wollte mich ficken, Digga? UK Limited. Ah, da haben wir sie. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich hätte vielleicht vorhin in den Grausten können. Auf jeden Fall. Wir fangen an. Ähm. Curious Verboten. Kommt ein bisschen spät, Digga. Spielen die überhaupt noch Curious? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben auch noch Mystic Mind verboten. Die kommt jetzt hier. Persönlich finde ich das jetzt schade, weil ich habe jetzt eigentlich angefangen, gerade Mystic Mind zu mögen. Aber nachdem wir, weißt du, es dort noch Basically ein Mystic Mind Mirror Match hatten von Fucking Mystic Mind Burn vs. Runic Mystic Mind. Also, das ist schon klar, dass es ein schlechtes Image ist. Also, ja, es ist gut so. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber eigentlich ist es richtig so, ja. Äh, Herold of the Ornstein ist limitiert. Das ärgert mich. Also, war halt nicht die Problemkarte, ne? Da hätten Tiernamen hin können. Denn wir sehen hier, hier sind keine Tränenklare Monster. Wenn sie die jetzt nicht alle semi-limitieren, dann weiß ich auch nicht, was da jetzt passiert. Keine weiteren Limits. Dann haben wir Recital Starling auf 2. Das ist die, die sucht, ne? Ja, okay, die durft jetzt eh keine Sau mehr. Bot of Desire ist immer noch auf 2. Sonst ändert sich ein... Ja, coole Tier-Hits auf jeden Fall. Wir haben, äh, ungefähr eine Karte giltet. Das ist Herold of the Ornstein auf 1. Curious hat man, glaube ich, eh nicht mehr gespielt. Also, ja, also Danger Tears ist tot. Boah, das ist ja schade. War natürlich auch die beste Variante. Und Mystic Mind, hm, ja. Die eine Karte, die mitunter Tier gebanatet ist, hat ja schade, ne? Da müsst ihr halt halt ohne die klarkommen. Also, so wie es bisher aussieht, haben sie das Format nur noch weiter verdorben. Ich bin gespannt, was jetzt noch angemittelt wird. Wir haben Ptolemaeus wiederbekommen. Das heißt, wir können jetzt mit, äh, was war das? Wir können jetzt mit 2 Level 4 Monstern Infinity bauen. Das ist, warte, warte, das ist insane, oder? Ne, mit 3 Level 4 Monstern können wir Infinity bauen. Das ist ganz süß. Ähm, die Fissure. Das ist dämlich. Das ist wirklich, wirklich dämlich. Das hätten sie nicht machen sollen. Jetzt ist Flandern nochmal ein gutes Stück besser, also, ach, ich hasse Flandern, ehrlich. Also, es ist ein Needed-Antimeter-Pick, aber fickt euch mal. Äh, Marco Cosmos ist ja... Nein. Nein. Warte, was auf 3 Jokis auch keine Sau, mehr Tanki-Jokis auch nicht. Oh mein Gott. Die haben das Format noch schlimmer gemacht. Das ist nicht echt, das ist nicht echt gerade, das ist nicht echt. Alter, das ist ein schlechtes Geburtstaggeschenk, das lehne ich gerne ab. Also, nein, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Also, Ptolemias ist cool und da hört es auch wieder auf. Also, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ich geh jetzt mit dem Hund Gassi, haut rein.